Hallo Freunde, willkommen zurück zu Donkey Kong Country Tropical Freeze. Ich bin Metal Mario Master. Und ich bin Dany Roy P. Ja. Wir haben die Donkey Kong Insel erreicht. Und sind jetzt hier. Ja. Wir sind wieder beim... Von dem K-Level. Ja, wir sind... Wir machen heute die K-Level. Ich will nicht. Du musst. Na gut. Fangen wir an mit Welt 1. Und mit Level 1 K. Durchhänge-Drama. Ja. Na gut. Ohne Checkpoints und so. Ja. Ja. Das wird schon... Irgendwie wird das schon. So nehmen wir mal noch ein Letztes Mal. Ich hab keine Ahnung. Oh Gott. Da bist du ja genau. Ja. Ich hab auch geil an. Ah. Okay. Das ist eine neue leichte Part hier. auch so ok vor dem obergen vor dem obergen wenn wir das leben ja und so gucken ob die teile auch da bleiben einfach nur so zum checken ich hoffe sie sind dann noch da ich habe ja fest die schaffen war wir haben eine andere versuchen vielleicht bei der wissen dass wir schaffen vielleicht die anderen ja viel einfacher ich würde irgendwo stehen bleiben aber er kann es in dem system ich werde mal dafür wir versuchen erstmal eine andere ja okay dann kann man doch mal gucken ob der punkt aber bleibt bleibt nicht da warum nicht weil wir das leben ja nicht geschafft haben kann doch trotzdem bleiben nein wie sieht man aber gar nicht auf karte dann nicht welche karte haben wir noch nicht welche karte haben wir noch nicht ausprobiert kein anderes das können wir noch welt 2k hoppolis aber war so ein überblick hier verschaffen jetzt gibt es eine die die wir schaffen da war doch mal hier da ist wohl damit es so geht super oder auch im leben fahren bleibt ich sehe mich ja nicht irgendwie durchkommen weil ich kann diese hübsche ich kann wirklich nicht sichern orte man stehen kann ich erleben schade dann einfach auch nicht mehr also gedacht ich packe meine sachen und gehe jetzt ja ich gehe nach hause wie soll man zu zweit schafften da musst du allein und die münzen und sie leben genau irgendwo wieder sicher stand ich kann auch nirgends oder wieder reinkommen ich lebe noch mal gut bleiben die noch ein bisschen am leben aber wenn das da schon zwei teile gibt dann kann ich dann doch nicht so lang sind auch nicht sehr lang oder unter dem sie zu unschlägt und sind typischen karl thema mal donkey kong gemacht mal auf jeden fall flussjahr was die level angeht zweimal was er keins gesehen ich habe einen spannenden party verlieren kann leben diesen party ich glaube jetzt der offizielle level fahren tritt das ist aber trotzdem nicht so schwer ausgleichen da kommt noch was ja ich habe ich habe gedacht dass da was kommt das ist auch einfach das ist auch noch mal auf die fische darauf springen und dann auf die pinguine und man glaubt noch ein paar mehr leben rausholen nein das ist meine gute das ist meine gute das ist meine gute ich glaube 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 ich schaffe es anschauen warum brennen diese eulen ne auch wenn ich nicht mehr sein nein da muss noch mal kommen da kann ich einfach verschwinden warum kommt da nicht mehr die frage level beenden oder auf das ding ja level beenden schau wir jetzt auch noch ein bisschen ein kopf auf wu-wu-wu-wu oh jetzt haben wir wieder bis hierhin geschafft da werde ich nicht schaffen kann ich so springen aber so viele bin es nicht erfolgt hat man ja vorher alle von buchstaben kommen ist ja nicht so schwer wir haben das jetzt noch mal weiter und ender loskommen ja kommt fliegende pinguine so ist das ende hier ist ausgezeichnet bildfreiche die jungen und jungen habe ich toll gemacht so eine karte wird abgeschlossen sieben mysteriöser wart das industrie ist abgefunden kombiniere sie mysteriöse ok das zur nächsten welt nächsten karl er war ganz viel leben gekauft haben genau gut um neben zu holen ja auch wenn es schon bei kirchen leuten wenn man normalerweise nicht meinen aufnahme ich mal später aufnehmen hier muss ja auch mal rein ja so war dann wir in der asche ist weil ich noch mal da pendeln ein paar neue und manchmal auch schon wenn das haben wir auch immer nicht mehr sicher wenn wir kommen wir nicht bekannt vor mir auch warum bin ich jetzt auch wieder mal machen ach das ich erinnere mich aber mir gut oder war mir schlecht deswegen waren wir schlecht jetzt sieht es noch einfach aus ja schon ach deswegen ja aber da sind das glaube ich auch ihr leben ausgegangen ja ah ich werde so ein level wo ich so viel machen muss ja ich habe es irgendwie eingesammelt also kannst du kannst dich nicht so wahrscheinlich nur hier ich bin mal die versicherung habe ich sagt man kann man sich nicht hier bei dem druck ein bisschen fliegen wenn man so eine absicherung für dich ja wenn man mit der punkt kommen wenn ich wissen wobei online da ist also nein warte 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 ich glaube ja oh gott wenn man hier kommt man sein alles weg ja wie soll ich zehn millionen haben wir noch und wir haben sogar alle fünf teile meine güte haben wir wirklich so schlecht ich sehe mich aber trotzdem noch nicht über die erste so locker schaffen wo wir es bei anderen ja zehn Minuten haben wir noch das ist ein mysteriöses artefakt gefunden zum nächsten ja und zetanien da oben links weißen wahnsinn jetzt den minuten haben wir noch guck mal war ja ja so eins wo ich aktiv sein kann ja ja wie bisher noch mal aus die ganze zeit zu sein auf den kann ich nicht weg sagen wir machen mit den nähnen dann bin ich mit meinem passen wieder weg ich glaube ich muss ja immer vorgehen weil du immer schön hinterher ich habe die gleiche ich bin jetzt nicht jetzt ich habe ein lebensgefährliches level du hast doch auf mich du warst gerade da ja das sieht nicht unwirklich aus nur diese ansicht davon kann verwirrend sein das sieht für mich halt aus wie eine optische ein ganz kleines bisschen ja ich weiß es nicht warum springst du gar nicht ich weiß es nicht nicht so schnell du schaffst dann schon du bist gut ich kann nicht hinterher ja jetzt sieht es schlimm auch ja da sind ich habe es ich glaube da kommt weiter nach oben die laba ich habe irgendwie auch das gefühl wir sollten einen zacken zulegen und da bin ich aber total ich weiß nicht ob ich das ich bin dagegen geknallt ich bin dagegen geknallt ja 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 und wir haben noch ein mysteriöses artefakt gefunden aber was sind diese artefakte ja dann aber jetzt nicht mehr zeitvereins wir können aber schon mal zum nächsten gehen ja und zwar mameloo fauna fantasia zuckerfass zum abheben ne zum quadrat so ein Luftladen ey plattformpatsche ja okay das hört sich mit den plattformen an ach nee aber wie das ganze ausgehen wird das im nächsten part tschüss tschüss